Ich heiße Manfred Dempa. Ich bin seit 1995 in der Firma. Die Firma ist von meinem Vater gegründet worden. Mittlerweile gibt es unser Unternehmen 29 Jahre. Wir haben uns eigentlich relativ früh auf den Stiegenbau spezialisiert. Dann wird jemand gesucht, der praktisch die rechte Hand von mir ist, der die ganzen Planungen, die technischen Planungen, Material bestellen, der mir da natürlich unter die Arme greift. Und für die Produktion wird natürlich ein Mitarbeiter gesucht, der die Liebe zum Holz hat. Die Tischlerei Tempa hat eine Möbel- und Bautischlerei. Das heißt, wir fertigen Möbel. Aber hauptsächlich ist unser Gebiet der Stiegenbau. Aber was natürlich schon sehr wichtig ist, auch heutzutage im Stiegenbau braucht man auch Unterbaumöbel. Und das kommt natürlich aus einer Hand an. Wir sind ein Familienbetrieb. Wir arbeiten großteils mit Privatkunden zusammen. Wenn du dich in den Worten wiederfändest, dann bewirb dich einfach bei uns.